Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Spieletest. Heute wird Pine Harbor angezockt. Das Spiel habe ich über Keymailer bekommen und als ich es gesehen habe, dass man sich darauf bewerben kann, dachte ich direkt an Silent Hill, Resident Evil, Dino Crisis und Co. Also die goldenen 90er. Naja und als ich das gedacht habe, da wurde mir bewusst wie alt ich bin. Ich glaube ich bin offiziell alt. Mit 37 gehöre ich nun dazu, weil ich dachte auch die 90er, ja vor 10 Jahren oder so. Also es ist schon ein bisschen länger her. Aber es war einfach eine geile Zeit für diese, ja wie soll ich sie nennen? First Person Survival Games ohne Crafting Mechaniken und Co. Ich habe keine Ahnung, Action Horror Shooter. Action war ja erst später mit Resident Evil 4 und so weiter. Also naja, ich würde sagen, es war einfach ein geiler Scheiß, der damals rauskam und bin gespannt, wie das hier umgesetzt wurde. Die Tags bei Steam lauten Action, Shooter, Ego Perspektive, Horror und 90er. Ja, ich werde also ein bisschen weinen, weil da Horror drin ist, aber naja, da merke ich vielleicht, dass ich noch ein bisschen lebe. Mal gucken. Bei Steam steht darüber, Pine Harbor war ein kleines Fischerdorf an der Küste des Nordatlantiks, umgeben von Klippen und dichten Kiefernwäldern, die in dichten Nebel gehüllt waren. Doch durch eine technische Katastrophe hat sich alles verändert. Erkunde die Stadt, helfe ihren Bewohnern und tauche ab in die Tiefen der dunklen Wälder. Release war schon am 25. April 2024, also gerade erst und der Early Access hat damit begonnen. Das heißt, das Spiel ist noch nicht final. Das erklärt vielleicht auch die Reviews, die gemischt sind. Der Preis kann es nicht sein. Meiner Meinung nach für 12,79, das ist in Ordnung. Wenn der Content denn stimmt und das müssen wir jetzt mal überprüfen, auch schauen, ja, ist das gerechtfertigt oder nicht? Ist das vielleicht ein super Spiel und die Leute haten einfach nur, wie es heutzutage üblich ist? Oder ist das wirklich, was Geld nicht wert? Wir gucken mal rein und ich hoffe, ihr haltet meine Hand, weil ich habe jetzt schon Angst. Also, bis gleich. Brief lesen. So, gedrückt halt. Ja. Lieber Sohn. Wer fängt so denn an? Lieber Sohn, es tut mir leid, dass ich nicht bei der Beerdigung deiner Mutter sein konnte. Es tut mir auch sehr leid, dass ich dir nicht gesagt habe, warum ich fortgegangen bin und wohin ich gegangen bin. Die letzten neun Jahre habe ich wichtige Untersuchungen geführt. Viele unschuldige Leben hingen davon ab. Aber nun denke ich, dass ich es nicht mehr alleine tun kann. Lieber Sohn, ich bitte dich um Hilfe. Bitte komm mich besuchen und ich werde dir alles erzählen. Und dann wirst du es alles verstehen. In Pine Harbor hat alles begonnen. Richard H. Teller. Mhm. Ja. Das ist eine bestimmte gute Idee. Ist scheinbar auch ein beliebtes Ausflugsstil, wenn hier alle Reihen frei sind. Irgendein Plan im Mund. Gott. Naja. Geht das noch weiter? Hallo? Fahrer? Hallo? Fahrer? Und sind wir da? Der antwortet nicht. Gleich, weil ich schreie. Ah. Das ist schon eine interessante Busreise auf jeden Fall. Man sieht hier auch viel. Also erst habe ich ganz viel Nebel gesehen und jetzt sehe ich Tunnelwände. Okay. Ja, cool. Cool, kommen wir zurück zu den nebeligen Wäldern. Juhu. Okay, er fragt das gleich. Hallo. Hä? Oh Gott, noch länger. Ich schwöre euch, das ist Silent Hill 2 einfach. Wobei, nee, das Spiel gibt es ja wirklich, aber das ist quasi verwandt. Das muss verwandt sein. Ah, was ich sagen? So, was? Okay. Also am besten gucken wir nicht in die Ferne, weil da bloppt alles so nach und nach auf. Vielleicht schon mal nicht so schön, aber... Naja, man konzentriert sich ja auch hier drauf. Die näheren Sachen, aber warum ist da auch immer noch alles neblig? Oh mein Gott. So, fuck. Kann ich das nochmal lesen? Das war irgendwie Eden Street, Eden Lake Street oder... Nummer 11. Eden Street. Oh! Ja, dich auch. Danke. Tschüss. Hau rein, ne? Hallo? Ah, er traut sich nicht, mich hier anzugucken. Das heißt nichts Gutes. Okay. Tschüss. Äh, ja. Postal Service. Achso, kannst du direkt deine Post reinknallen. Bin ich auch... Ähm... Ja, also viel sehe ich nicht. Wo kann ich denn jetzt... Das müssen wir nochmal eben gucken. Ähm... Steuerung. Inventar-Tab. Da müsste ja der Brief dann wahrscheinlich drin sein, oder? Würde ich mal sagen. Stimmt. Wenn wir schon hier sind, können wir das auch nochmal ein bisschen machen. Und das vielleicht. Mal gucken. Ja, das fühlt sich ein bisschen besser an. Ähm, also Tab war das. Aufgaben. Oh, da ist ja sogar markiert, wo ich hin muss, oder? Sieht doch fast so aus. Ja, okay. Äh... Ach, 11. Ja, wow. Aber immerhin habe ich es mir richtig gemerkt. Eden Street und 11. Ich habe ja irgendwas mit Eden Lake Street. Aber egal. Andere Spiel Eden Lake, glaube ich. Ja, dann... Gehen wir mal. Aussehen tut es ja ganz gut. Ich glaube, also das ist vielleicht auch ein ganz guter Kniff, sage ich mal. Durch den Nebel fällt vielleicht nicht auf, dass da alles sich nach und nach erst aufbaut und nur hier vorne das schick gemacht ist. Also das direkte Sichtfeld. Und die Sichtweite einfach gar nicht so hoch eingestellt ist. Dadurch kann das hier vorne ein bisschen besser aussehen. nur so eine Vermutung. Aber ansonsten sieht das doch schick aus. Atmosphärisch. Auf jeden Fall. Aber es passiert ja sowieso nichts. Wir finden jetzt... Oh Gott. Wir finden jetzt Papa und dann... Dann fahren wir wieder... Hause. Papa! Oh, alter Schwede. Warum zum Teufel hänge ich da so lange? Papa, bist du das? Lauf ruhig noch schneller. Äh, langsamer. Egal. Oh. What? Wait. Wait. It could be. Fuck. Hey. Can you speak? Ah. Yes. Let me look at you. What? Joshua? You. No. 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 Hey. You shouldn't be here. He can't be here. Oh, I know. I know. What? Okay. Fuck. 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 We shouldn't be here. Silence. Was war alles gut, Papa? I'll cut you loose. Don't do anything stupid. Hä? Ich bin dein Sohn. Was sollte ich denn tun? I got your letter. Vielleicht hilfst du mir mal? Alter, ich hab da gefühlt 10 Stunden gehangen, Mann. Kopf über. Oh. Du bist sehr liebevoll. Aber ich mein, der hat mich vor neun Jahren verlassen. Oder als ich neun war. Wie auch immer. Er hat mich verlassen. Nimm das Auto und verpiss dich einfach, Josh. Hä? Geh ins Haus, hat er gesagt, ne? Oh. Machen wir, was Papa sagt? Ah. War nicht besser. Gott. Oh. Ist auch ne Premium-Bude. Ah. Okay. Ja. Gut. Abwaschen könnte man auch mal wieder. Wobei, da ist nur ein Teller drin. Aber. Allgemein sauber machen vielleicht. Da geht's runter. Oh. Da kommt Papa. Ich wollt nicht, ich wollt nicht schnüffeln. Nein. Hä? Sagst du mir mal, was los ist? Oh, was ist das? Ne Waffenkiste? Ne. Hoffentlich nur ne Kiste. Hm. Golden. Cool. Ja. Cool. Daddy. Was geht? What the fuck is going on? Wie wär's denn, wenn du mit reinkommst? There's no time for it. Just lock the fucking door. I'll tell you everything when it ends. What ends? The night, son. The night. Okay. Oh, no. Fuck, 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 fuck. Junge, ich dachte, ich muss noch abschließen. Was zum Henker ist hier passiert? Alter. Oh, Gott, hab ich mich erschrocken. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Alter, wie viele von den Viechern sind da? Mach nicht nochmal auf. Nö, 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 nö. Guck mal hier unten, ob ich noch was finde. Wie wär's mit mehr Licht, Mann? Scheiße, ich hab nicht gehört, wie oft der geklopft hat. Hast du viermal geklopft? Waren das viermal? Ich glaub schon. Nein! Es war nur dreimal oder so. Fuck. Ah! Okay. Shit. Okay, wir müssen auf das aufnachten. Ich erkenne hier nichts, ey. Nee, ich mach nicht auf. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Äh, äh. Das waren aber viel. Eins, zwei, drei, vier. Was ist denn jetzt passiert? Okay, das ist er auf jeden Fall. Das ist Papa. Mach schnell auf. Really? Äh. Äh. We're lucky tonight. Just one walking around. It happens. I'm working on an article here. Josh, the public must know the truth. That one that I shot yesterday is all about it. Chemicals, mutations, it's everywhere. I'm trying to make a difference, and this fucking corporation is trying to set me up and make me weak by inviting my son. And that is why you must leave this place, Joshua. Auf jeden Fall. Ich bin weg. Ciao. Nein. Warum? Aua. Gott. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Mann. Kriege ich auch eine Shotgun? Hallo? Warte, ich gucke einmal kurz hier. Hier was ist. Okay. Wir haben Holzbretter gefunden. Oh. Bestimmt zum Verbarrikadieren, oder? Oh, was ist das denn da? Können wir doch was craften? Ja. Oh. Du holst doch alle Viecher her. Noch mehr Holz. Und irgendwas anderes. Matall-Schrott. Ja, wer kennt uns nicht? Das berühmte Matall. Ich und meine Übersetzung mal wieder hier, ne? Ja. Äh, wir stellen erstmal ein. Moin, Daddy. Zum Glück müssen wir nicht laufen, ey. Jesus. Ja, so schnell wie er läuft, fährt er auch. Puh. Naja. Eigentlich nicht. Es war ein guter Stadt. Ein ziemlich guter Ort. Du weißt, ich habe hier eine Friede gefunden. Hier, nach Ihrer Mutter. Dad, ich will wirklich nicht hören, ob Sie verletzen. Okay, okay. Okay. Das ist nichts. Ganz schön. So, wie war deine Familie? Wie der Vater, so der Sohn. Woh, wot, wot, wot? Ich dachte, sie sind nur nachts unterwegs. Warum sind die jetzt auch tags unterwegs? Wo bist du? Woh, wot, 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 wot? Aber du... Ich muss zurück und finden ihn. Du bist Richard's son, richtig? Nein, mein Vater. Du bist Vater und meine Eltern. Sie waren close... ...freundlich. So, wir machen mir ihre Augenbrauen echt Angst. Es ist ziemlich hilfreich hier. Ich setze einen Timer auf deiner Beine, als du raus warst. Ich versuche nicht, dass du draußen 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 warst. Ich versuche nicht, dass du draußen 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 warst. Gott, danke dir, dass du dich interessiert hast. Also, ich versuche es. Äh, okay. Ja, ähm. Shit. Wir haben Holzbretter und Matalschrott. What? Ich muss da ganz hinten... Äh, nein! Nein! Oh, no! Oh, nein! Oh, warte mal. Kann ich mir das... Oh ja, ich kann es mir ausleihen. Okay. Okay, also, ich fühle mich gleich viel besser. Wir haben einen, äh, Baseballstrick. Wir müssen uns nicht mehr mit Matalschrott rumschlagen. Okay. Ähm, sie wollte irgendwas haben. Medizin oder so. Benzin? Nee. Äh. Nicht. Wie schnell die Zeit vergeht hier. Ach. Irgendwas piept auf jeden Fall. Ein Wecker, wenn wir reingehen sollen. Okay. Oh, hier. Noch mehr. Halt. Sehr gut. Halt. Hier ist man irgendwo sicher. Wo ist das Ding? Was ist denn mein Henker? Okay, wir müssen aber da lang. Aber ich will wissen, was in dem Haus ist. Okay, mal gucken, ob wir uns wehren können. Hä? Okay. Tagsüber nennen sie weg. Mein ist mir recht. Auf jeden Fall. Okay. Wir haben Alkohol gefunden. Das ist schon mal gut. Also, geradeaus gehe ich jetzt wirklich. Muss noch mal kurz gucken. Wie war das? Aufkampf. Wir haben nur Finde deinen Vater, aber sie hat doch irgendwas gesagt, dass sie was haben will. Egal. Bringen wir einfach so mit. Also, da waren wir ja. Ah ja, ist wahrscheinlich reingegangen. Gibt ja jetzt ihren Louis, der da Sachen sammelt. Und das bin ich. Da liegt nichts. Gehen wir die Straße lang oder die Hauptstraße? Die Hauptstraße. Wow, wow, wow. Hau ab, hau ab. Oh, oh. Nice butt. Also, man kann die erschrecken und dann rauen die ab. Weil ich so furchteinflößend bin jetzt mit meinem Basie. Und ich renne auch einfach nur so schnell. Nicht, weil ich Angst habe hier. Ähm. Ja, hier liegt noch mehr Holz. Ich nehme das alles mit. Ich habe da gar kein Problem mit. Äh? Können wir so ein Fahrrad nehmen? Nein. Schade. Oh, hier. Am Lot. Trin. Sehr gut. Ja. Ich würde sagen, dann... Wir müssen doch jetzt hier die Häuser loken und sowas wahrscheinlich, oder? Oh, essen. Ich finde das schön, wenn wir den Baseballschläger sehen. Steck den bitte nicht weg. Äh. Ja, aber hier kommen wir nicht einfach so rein scheinbar in diese Gebäude. Da kommen wir nicht hoch. Warte mal. Können wir klettern? Nein. Springen können wir schon mal nicht. Wow, wow, wow. Hau ab, hau ab. Woh. Ja. Hier kommen wir nirgendwo rein. Das ist natürlich echt ein Problem jetzt. So viel zu looten und so. Die Frage ist ja, renne ich schnell nach Hause? Weil ich habe ja jetzt Supplies. Seht ihr dieses Ghosting? Ah. Mensch. Ich halte das eigentlich für eine gute Idee, weil ich nicht weiß, wie spät das ist. Das sehen wir auch hier nirgendwo, ne? Noch da unten. Okay. Also, wir rennen jetzt nach Hause. Oh, shit. Oh, Gott. Okay. Der andere ist ein Schisser. Der da nicht. Oh, komm schon. Oh. Okay. Oh, es wird dunkel. Wir müssen nach Hause rennen. Scheiße, 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 scheiße. Oh, da ist Medizin. Da kommen wir aber nicht so rein. Ah, okay. Ich komme wieder. Nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. Stoff. Okay. Kommen wir da rein? Oh, noch mehr Stoff. Scheiße, 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 scheiße. Wieso gehen die alle nicht? Ich bin irgendwo rein. Oh, no, 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 no. Bin ich noch richtig? Ja. Und rechts ist meine Ausdauer. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, es wird dunkel. Ich baue die Ausdauer auf. Los. Oh, Gott. Alter, ich sehe hier gar nichts. Ich kann... Ich kann es nur erahnen. Hau ab, hau ab. Oh, ich sehe nicht, wo ich bin, Mann. Ist das ernsthaft? Oh, Gott. Ja, hier ist richtig, hier ist richtig. Oh, Gott, komm, 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 komm. Oh, Gott, ich bin nicht rein. Nein, 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 nein. 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 Die Tür zu. Oh. Warum kann ich da nicht so eine Holzplanke drauf machen? Oh, shit. Ey, ich erkenne hier nichts, Mann. Oh, die können so durch die Fenster. Ich muss das Spiel heller machen. Ich erkenne hier gar nichts. Video. Ein bisschen wenigstens. Boah, okay, das ist einfach nur Milch jetzt. Hilft mir also auch nichts. Dann können wir es genauso gut lassen. Man kann es halt nur erahnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier nicht... Da sind extra so Haken. Wir haben Holzbretter. Hau die da vor, Mann. Oh. Ach, das ist unser Behälter, wo wir Sachen reinpacken können. Cool. Dann machen wir das doch. Ich weiß halt nicht, wann ich die Sachen brauche, Mann. Pack die jetzt erstmal rein. Ach so, ich kann auch das nicht. Hallo? Control verschieben. Hä? Ich schnau ich nicht. Ähm. Pack jetzt erstmal alles rüber. Ist auf drei Konserven. Vielleicht brauche ich zwischendurch was zu puttern. Bin ich hier denn jetzt einfach sicher nachts? Nee. Oh, fuck, fuck, fuck. Das ist nicht cool, das ist nicht cool, das ist nicht cool. Oh, Mann, sieht nicht. Hör auf, so zu atmen, Mann. Zeit vergeht ja gar nicht. Aha. lockern wir das ganze mit einem witz auf warum ist es so dunkel im obstgeschäft die bären sind aus man kann ja komm ich weiß nicht drauf sie da nicht sie einfach gar nicht licht ich kann so cool kann es nicht so einfach nur grau hier nicht nebenbei was kraften dein vater wie wärs mit überleben jetzt kommt auch von rechts was ich frage mich wie viele das sind das hört sich nach zwei an oder einmal so ein großer und einmal dieser wegläufer aber das wichtig einen kriege ich hin den habe ich ja gerade auch geschafft aber wenn das mehr sind dann was halt super scheiße ist dass ich nicht in den keller konnte man das ist doch praktisch wichtiges mittel eine sammlung medizinschaft können wir das denn benutzen das gibt ein was ist das denn okay schnall ich nicht vielleicht müssen wir da eins dieser bretterrohr knallen und ich habe es natürlich nicht mit aber zu der kiste traue ich mich jetzt die tür ist auf warum ist die tür auf ja weil da dieser riegel nicht vor ist aber deswegen wollte ich den nicht vormachen hier bin ich wieder bei denen da vorne war was da vorne war was zwei stück zwei stück die baggen in der tür fest ach der eine will raus der andere rein das war meine chance so hier ist jetzt geschlossen wäre schön wenn du auch rausgehen würdest aber naja am besten läufst du gar nicht oh ich höre schon wieder was oh ich hätte das so lassen sollen oh shit oh jetzt sind die auch noch über mir oh no mir ist nichts passiert die ganze zeit jetzt bin ich da aufgemacht wie spät ist das 5.55 ok die zeit verging jetzt schnell komm tag 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 hallo wird es jetzt tag die sind weg oder ich sehe wieder ein bisschen was ich hoffe hier kann man irgendwann lichter machen muss man wirklich so ein bisschen um kraften hier in der hütte hier kann ich da durch oder mit f die keller tür matthalschrott wir holen jetzt die sache die sachen aus der kiste wo waren die guck mal ob wir damit irgendwie was machen können das gute ist der stack direkt wird direkt ich bin noch ein bisschen aufgeregt das adrenalin pumpt noch ja der wäre doch perfekt für die tür tatsache wollte nicht hauen sorry ok abends können wir auch einfach den generator anmachen und schon haben wir licht naja man lernt nicht aus oh ich hab da was gehört die sich auch hier rumtreiben ist echt mies mann matthalschrott noch mehr matthalschrott ich liebe matthal blaupausenbuch äh ja ok aber wie kann ich das lesen nochmal in die einstellung äh sprintducken heilen nachladen oha ist direkt auch gut zu wissen ähm nächste seite vorherige seite wow wache wegstecken ok ah was können wir einfach direkt fensterbarrikade ja munition 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 bandage alkohol und stoff fensterbarrikade oh ja davon stellen wir auf jeden fall was wieso können wir das nicht hä was soll ich das herstellen ach weil wir noch kein metall ähm ja und wo können wir das fertig machen war doch werkbank wir können aus dem metallschrott jetzt noch kein metall machen oder was kann auf einer werkbank auseinandergenommen werden ja oder auch nicht hm das kann ich aber auch nicht herstellen vielleicht weil ich äh keinen platz mehr im inventar die wäre noch zum fangen so warte mal ok ja also das war auf jeden fall wegen platz zwei bandagen machen wir mal sicher ist sicher ähm obwohl wir machen einfach drei weil dann haben wir alles verbraucht was wir konnten ähm das können wir jetzt natürlich nicht aufnehmen schießpulver ok wir haben zwar keine waffe aber bräuchten dafür ebenfalls metall ok dann bringe ich das erstmal ins haus ah ok dann verbarrikadieren wir nämlich nachher mal die fenster irgendwann vielleicht ähm wie auch immer hier rein hole verschieben ja leider nicht essen wie gesagt nehmen wir auf jeden fall mit ähm war hier noch mehr oh ja hier ne nichts batterien bestimmt später für taschenlampe oder sowas wichtig ähm so hier waren wir ja drin hatten wir uns gesteckt oder versucht da kamen wir nicht durch vielleicht brauchen wir ein brecheisen oder so und hier war nichts mehr gut oh ja da müssen wir auf jeden fall mal rein dass der nicht klettern kann ne mit Lappen hier ist nichts wir müssen jetzt am tag müssen wir echt schnell sein nicht rödeln so alle kleinen häuschen hier durch noch mehr Matalschrott wenn ich es nur zerlegen könnte das ist doch dämlich da vorne war wieder dieses oh was haben wir hier jetzt vielleicht ran ach ne hier war ja gar nicht ja ja nochmal das schneide ich nicht oh god da unten steht es ja zerlegen oh wow okay soviel dazu ähm Fensterbarrikade herstellen achso weil wir zu ja okay Moment ah hier war doch auch noch was und auch eben zerlegen äh und wir müssen noch das Holz holen oh yeah dann haben wir wenigstens einen sicheren Platz zu Hause das finde ich schon mal viel wert äh ist viel wert schon mal viel wert ihr wisst was ähm nehmen wir alles mit außer den Kram damit kann ich ja jetzt nicht können wir schon mal Munition herstellen für die Waffe die wir nicht haben cool äh so zerlegen zerlegen und jetzt müssten wir doch ah okay immerhin drei ja ist das von drin kann ich das denn jetzt auswählen benutzen ah okay mit wahrscheinlich eine Nacht oder so und das war's toll auch noch gut ah und äh ja fehlt noch ein bisschen eins zwei drei mal fehlt's noch cool was hatten wir zu wenig zu wenig Holz gut also gar nicht gut aber wir legen Metall erstmal wieder ab das auch hier rein T-Spoiler wollte ich ja eigentlich was mit bauen aber habe ich jetzt vergessen weil ich einfach nur lebendig bin ähm gut wie spät ist das 11 Uhr dann können wir ja einmal los vielleicht finden wir noch ein bisschen Holz ich würde sagen das klingt nach einer guten Idee so wo müssen wir lang genau andere Seite perfekt ja daddy äh tut mir leid dich haben wir ja offensichtlich nicht gefunden äh äh nicht blind wo war denn der Ausweg hier oder Ausgang ach da okay wichtig auf diesem Run ist also jetzt Holz zu finden und nicht zu sterben okay das geht ganz gut aber ich hätte trotzdem gerne eine Waffe wir rennen auf jeden Fall jetzt noch einmal in die Stadt luken oder versuchen was zu finden und dann war es das ja auch leider schon äh ja ich nehme das erstbeste Häuschen mh eine Garage die zu ist geil oh Gott da habe ich Holz gesehen glaube ich ah ein Stofftuch auch toll ich brauche doch Holz Leute Pizzakarton hilft mir auch nicht weiter was sind das für Geräusche ich darf auf jeden Fall auch nicht zu weit weg nochmal will ich nicht hier im Dunkeln rumrennen Mann hier Holz sehr gut sehr gut oh was ist hier ach da waren wir doch auf dem Rückweg kurz Fakt Benzin Licht für die Nacht macht Teilschrott Juhu Oh noch mehr Matal haben wir hier hinten noch hinten noch irgendwas für nicht nö ok wahrscheinlich kann man sich hier auch gut eine Nacht verstecken also ist nicht schön aber wahrscheinlich ist man relativ sicher und ich weiß ich habe den auch gehört wir ignorieren das einfach als wäre der nicht da gewesen dieser Schrei dann ist der auch nicht da alter ich finde hier jetzt tatsächlich kein Holz ne doch gleich schon wieder voll was war das für ein Sound gerade das war A entweder ein hungriger Magen oder B etwas ganz Schlimmes oh hab ich gar nicht gesehen ah wir können das ganz aufladen hier unten oh ok gut zu wissen Holz hier ok uns fehlt jetzt oh geil man kann hier petrisch spielen weiß nicht wie viel wir für eine Matal ähm Barrikade brauchten verdammt mh shit oh no wir sind voll ok müssen wir uns merken hier lag noch was da muss ich raus aber wir gehen hier raus oh oh toller Ausguck ja hilft uns aber nicht äh hier geradeaus und dann rechts wie anders wenn da ein Auto kommt ich geh mal weg zum Glück war Josh äh Marathonläufer übrigens ähm in seiner Jugend warum verschwinden die Leichen nicht so Fensterbarrikade ach zu wenig Holz oh immer noch zu wenig oh nein das ist ja voll das habe ich gerade erst gesehen da ist so eine Tankanzeige die füllt sich sogar oder wird halt leer naja jetzt haben wir einmal ein bisschen Benzin umsonst bedeutet ich quatsch ähm das war ja nur Metallschrott leider haben immer noch zu wenig Metallbretter das ist doch schade das ist nicht gut naja aber was soll's ähm mit verbarrikadieren ist dann erstmal nicht weiter die Frage ob man das dann lenken kann dass sie dann da reinkommen hm okay ja aber ich denke dann äh war es das ja das war also Peinhaber und ich muss sagen mich hat es überzeugt ich fand's bisher echt ansprechend ja es ist nur eine dreiviertel Stunde von daher weiß ich natürlich nicht was noch kommt ähm es ist Early Access das merkt man auch aber allein die Grafik finde ich ich hab's ja auch zu Anfang schon gesagt mit dem Nebel das ist glaube ich auch so ein bisschen ein technischer Kniff ähm das kommt halt gut rüber die Atmosphäre wird gut übertragen und man weiß immer nicht okay was passiert da hinten im Nebel kommt da gleich was auf mich zu man hört da mal Geräusche und sowas das haben sie auf jeden Fall sehr sehr gut gemacht dementsprechend grafisch sieht das echt nett aus und kann mir vorstellen dass das auch noch viel schlimmer wird technisch war da glaube ich nichts ich glaube wir hatten keine Bugs oder sowas von daher für eine Early Access Version auch sehr gut aber wobei die beiden Dudes die da naja in der Tür äh niemanden gefunden haben der vielleicht mal nachgibt und naja das kann aber im Echten Leben natürlich auch genau so passieren also äh vielleicht gar kein Bug Gameplay war bisher gut äh hat mich auf jeden Fall überzeugt und war soweit in Ordnung jetzt nicht irgendwie merkwürdig oder ist mir nichts aufgefallen äh ich weiß natürlich nicht diese Tag-Nacht-Zyklen wie anstrengend das wird grundsätzlich finde ich es glaube ich bisher ganz gut weil man einfach getrieben wird okay am Tage muss ich viel rumrennen viel Sachen suchen damit ich in der Nacht sicher bin und dann am nächsten Tag nochmal wieder von vorne das kann natürlich irgendwann anstrengend werden und die Story muss dann trotzdem so ein bisschen vorangehen man muss da einfach ein bisschen ja nicht an die Hand genommen werden das habe ich ja gerade schon ausgeschlossen sondern einfach so ein bisschen geführt werden von oben mal gucken wie es dann weitergehen würde äh grundsätzlich innovativ ist das Spiel natürlich nicht aber ich sag's ja auch immer wieder wenn man sich gute Vorbilder sucht und sein eigenes Ding draus macht und bisher ist es das ja aber man merkt einfach diesen Resident Evil ähm Silent Hill Ansatz und so weiter das kommt aber gut rüber und das ist jetzt nicht 1 zu 1 Klon bisher würde ich sagen und dementsprechend äh Daumen hoch Langzeit Motivation sehe ich hier auf jeden Fall nicht denn ich glaube wenn man es einmal durch hat dann spürt man das nicht mehr von daher muss jeder selber wissen ob das dann 12,79 Euro wert ist oder nicht aber ja von mir auf jeden Fall Daumen hoch mir hat es Spaß gemacht ich kann da bisher nichts Negatives sagen vielleicht kommt das noch vielleicht nicht wir werden es nie erfahren äh es sei denn ihr schreibt in die Kommentare dass ihr das Game gespielt habt und sagt das ist super gut oder es kommen zahlreiche Kommentare und ich muss dann Let's Play draus machen auch wenn ich Angst habe mal gucken vielleicht mach ich das vielleicht nicht äh schreibt einfach mal was und ja danke dass ihr zugeschaut habt wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin bleibt sauber tschau tschau schau tschau 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 sier tschau Bis zum nächsten Mal.